Zuerst war da nur sein Channel, doch dann kamen die Abonnenten. Zuerst war es nur einer, dann waren es zwei, dann waren es drei, und dann vier, und dann fünf. Und irgendwann waren es dann 817 Abonnenten, die Jörgen TV LOL auf seinem Channel hatte. Weit ist er gekommen, es war ein harter Weg. Doch seine Abonnenten standen ihm immer beiseite. Doch wer ist dieser Jörgen TV LOL? Hallo und herzlich willkommen zum 800 Abonnenten Special. Denn wie ihr sehen könnt, bin ich das, ich bin Jörgen TV LOL, ich heiße Dennis, ich bin 16 Jahre alt, und ich habe bisher alle Videos gemacht, die auf Jörgen TV LOL hochgeladen wurden. Ja, so sehe ich aus, 800 Abonnenten, was soll man sagen? Also erstmal vielen Dank überhaupt an euch alle, ihr seid klasse. Ja, vielleicht, was soll man sagen, ich meine, könnt ihr hier auf euch trinken, hier so Freeway, Apfel, Cranberry, Sport getränkt, was weiß ich, habe ich irgendwie auch gemacht, weil mein Apfelsaft da langsam zum Wein wird. Ähm, ja, Prost! Also, ne, ich muss sagen, ich bin echt ziemlich überrascht, dass ich diese Zahl erreicht habe, also, ist schon ziemlich geil, 800 Abonnenten zu haben. Vielen Dank an euch alle natürlich, und wie soll man sagen, ich habe euch im 500 Abonnenten Special auf mein Zimmer gezeigt, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Vielleicht kann ich euch das ja nochmal zeigen, ich meine, zwischen ist das schon aktualisiert, kann man sagen. Ein bisschen alles, mal hier die Kamera hoch. Ja, so, also, das hier ist mein Laptop, mein Toshiba Ding, keine Ahnung, sieht ganz gut aus, äh, funktioniert auch noch. Das ist das Headset, womit alles aufgenommen wird, das sei bestimmt schon seit einem Jahr oder so locker. Das sind irgendwie ein paar Notizzette, ich weiß auch nicht, tue ich mal hier rein. Bioshock 2, ähm, könnte ich vielleicht mal als Plan, habe ich von einem Kumpel ausgeliehen, äh, liegt da irgendwie rum, ich weiß auch nicht, genauso wie ja restliche Zeug. So ein GameStar Ding, DVD Behälter, kann man sagen, gehe ich hier nachts mal hier drauf, so, damit mich das Licht nicht stört. Telefon, Parfüm, dann dieses komische Stenner Ding, womit ich jetzt meine Kamera drauf tun werde, halt. Du musst das schwarze CD Behälter, die ich weiß noch nicht, was sie hier verloren hat, sollte ich irgendwie brennen, keine Ahnung, mache ich aber nicht. Da kommt meine Kamera rein, und, ja, das ist meine Fensterbank, ist gerade 21.04 Uhr. Mein Handy, ein gutes, altes Sony Ericsson, ist mal nicht alt, erst mal am letzten Weihnachten, ich habe mir so ein altes Ding bestellt. Ganz einfach, weil ich diese ganzen neuen Touchdinger nicht leiden kann, und das ist ein W880i, und ich finde das ein Style. Da sind irgendwie paar Sachen drauf gekommen, ich weiß auch nicht, wie das jetzt passiert ist, also, ja, hier mein Nachttisch, mit, ähm, Computer, Bild-Spiele-Magazin, Malerweise noch ein DVD-Player, aber der ist irgendwo verschwunden. Ein paar CDs, ein paar DVDs, die ich mir selbst gebrannt habe. Das hier, liebe Freunde, habe ich eine Langeweile gemacht. Das sind nämlich ein paar Minecraft-Blöcke und, äh, eine Spitzhacke, von beiden Seiten, habe ich einfach so gemacht. Sieht schick aus, nicht. Der Krokodola-Dose, wo ich halt meine Spenden, äh, kleine Münzen rein tue, für mich selbst halt. Irgend so ein Fake-Bier-Ding, von London, glaube ich mal. Und ich kann euch vielleicht noch das Innenleben zeigen, wenn es nicht so dunkel ist. Also ein paar Lautsprecher, paar Brettspiele, ich weiß noch nicht. Da, das sind meine Sammlung von Heften, kleine Sammlung. Äh, altes Headset, kann ich auch vielleicht nochmal rauskommen. Ein paar Playstation 2, können mal heller machen. Hier, äh, Mikrofone. Seht ihr vielleicht jetzt im Licht ein bisschen besser. Ist immer noch ziemlich schwarz. Ähm, ja. Dann, so. Ja. Das sind, ich weiß noch nicht. Ja, ziemlich altes Headset. Bisschen alt. Nicht mein allererster, sondern mein zweites Headset. Das liegt hier rum, vielleicht brauche ich es ja noch irgendwann. Vielleicht auch nicht, weiß auch nicht. Im Fall liegt es da fürs erste rum. So. Kann ich jetzt mal zumachen das Ding hier. Äh, fuck. Das ist zu scheiß Kabel. So. Da sind noch ein paar kleine Dinger drin, aber ich glaube, Schublandung, so brauche ich heute nicht zu zeigen. Mein Bett. Denn das wäre jetzt so ein bisschen zu viel. So. Kleiner Stuhl. Eine Hose drauf. Ein gelbes T-Shirt. Noch ein Pullover. Ist ja irgendwo rumliegt. Das hier ist meine Notebook Tasche. Und ja. Hier mein Schrank. Kann man nicht so gut erkennen. Soll eigentlich. Aber nur hier auch kein Schwarz draus sein. Und ein paar Taschen. Und ja, ich würde mal sagen, kommen wir zum zweiten Teil vom Special. Wir sind zurück zu meinem PC. Nehmen wir jetzt mit Frips auf. Und ich bin jetzt Firefox drin. Google. Vollbild. Frips Aufnahme. Und ja. Ich glaube, ihr wisst nicht, was ich jetzt machen werde. Ich gehe nämlich jetzt einfach mal, so weit ich es kann, auf Zor und lasse ein bisschen mein Gehirn defilibrieren. Oh, lass uns einfach mal ein bisschen Spaß haben und mal wir achtung, dass die Opponenten sind. Oh man. Obwohl ich muss sagen, den Original Song hiervon kenne ich es müssen. Gewöhnungsbedürftig, aber so voller Scheiße ey, aber das kriege ich es nicht ey. Oh man. So, was soll man sagen. Es lädt noch. Aber nochmal danke für die 800er Bandenten. Das ist echt ziemlich geil. Ghostbusters, wuhu. Du wirst da hinten im Kasten stehen. Versteh ich nicht. Lol, Unterbrechung. So weiter geht´s. The fuck. Versteh den nicht. diesen hatte ich schon vier oder fünf mal gehabt verstehe ich habe immer nichts ist eigentlich nur sowas wie das hier Moment, falsche Nummer das muss 19 sein Moment, entweder jetzt 17 oder 16 ja richtig ist jetzt irgendwie nur komischerweise verpackt, dass alles schwarz ist, lol ach egal, random, weiter die Anime kenne ich, ich kenne den Namen, die liegen nur auf der Zunge, aber ich sehe es gerade nicht oh mein Gott PARTY HARD lol okay F5 BAM in your face Dive for the broken night kenne ich überhaupt nie nein loll, Team for the service das denn pssst 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 psss pssst 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 Party Wave schon wieder ey. Yeah! Könnt man Gras dazu auch noch anders gucken ey, aber so ist es langweilig. Den Song kenne ich, äh, Family Guy, das war so ein Gag da, keine Ahnung, ich weiß nicht genau wie ich es jetzt beschreiben soll, ich hatte auch den Original Song als Favorit auf YouTube irgendwo, müssen wir nachgucken, wenn Gott, ich hab Angst Tenchu, hush, klicke ich an, was passiert, bam, bin tot Tenchu 3 ist aus dem Geilspiel, aber ich verstehe den Sinn jetzt nicht davon Nigger stole my bike, du, 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 ne Hehehe, 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 fuck Okay Ah, hmmm Iiiii, und Pup Ja, um, drawn together Goddammit, Bullshit, tipp, bitch, my ass Noi Harry Potter, oder was? Okay Okay Ähm, ich könnte ja gerne das Video runterladen und das Glückwunsch abspielen, aber ich weiß nicht, was das ist Das ist Anime, nicht Ami, nee Ja, was denkst du, Mr. Warren? Klingon Klingon Nein, das sind doch keine Klingon Oder doch Ich weiß auch nicht Ich kenne Star Trek nicht so richtig Also YouTube PMV LOL Jaaaaay Okay Jaa, sowas kommt da auch vor Tss 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 So, und ich denke mal mit diesem GIF beende ich mal das 600 Abonnenten Ah, pfff, ähm, pfff, ey, pfff 800 Abonnenten Special Ihr seid klasse Muss man noch sagen Ich hab nicht erwartet, dass ich so viele bekomme Und da ich mich jetzt gezeigt hab, äh, könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass ich meine nächsten Aufnahme mit einer Cam dazu mache Also, werde ich halt in die Ecke packen und ja Kill 4 Vampires Dawn, Team Fortress 2, Minecraft und was sonst noch alles kommt Danke nochmal, vielmals Kommt auf mein Forum Addet mich in Facebook Macht was ihr wollt Danke nochmal Tschau 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 Schau Tss Tschau Tss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017